Die Firma SPI SAG GmbH ist der führende energietechnische Dienstleister in Deutschland mit über 200 Standorten in der ganzen Republik. Hier am Standort Airgolding, der Hauptsitz der Region Südost, sind ca. 300 Mitarbeiter beschäftigt. Außerdem bilden wir hier am Standort Airgolding 70 Auszubildende in sechs verschiedenen Ausbildungsberufen aus. Unsere Ausbildung ist gegliedert in einen technischen Teil und einen kaufmännischen Teil, wobei aktuell fünf Ausbilder unsere Auszubildenden begleiten. Ich mache eine Umschulung zum Elektroniker für Betriebstechnik. Das heißt eigentlich nichts anderes, eine verkürzte Ausbildung. Und Umschüler bedeutet nichts anderes, dass man sagt, man hat vorher vielleicht schon mal einen Beruf erwählt oder man ist vielleicht ein Studienabbrecher oder hat längere Zeit bei der Bundeswehr verbracht und hat sich gedacht, okay, jetzt könnte ich nochmal noch was Neues machen. Ich habe mich für eine Ausbildung bei SPI SAG entschieden, dadurch, dass ich bei einem Vokazium-Messe war. Und ich habe mich dann total interessiert dafür, habe dann ein Praktikum hier gemacht, hatte ein Bewerbungsgespräch und wurde dann glücklicherweise angenommen. Elektroniker für Betriebstechnik heißt nichts anderes. Man ist eigentlich schlechthin für die Betriebstechnik zuständig, was der Name auch schon sagt. Das heißt, sowohl für den Betrieb der Maschinen grundsätzlich als auch für Störungsbehebung. Das heißt, man fängt eigentlich an ganz einmal bei der Elektronik, geht dann weiter auch in die Programmierung. Das heißt, man ist handwerklich tätig, im Büro tätig. Und diese Vielfalt macht es eigentlich aus, was den Beruf eigentlich so spannend macht. In dieser Ausbildung brauchst du vor allem Motivation, Themenarbeit. Und das sollte eben mit anderen Menschen, die du kennenlernst, auskommen kannst. Was mich persönlich noch bei der SPI SAG so anspricht, ist das moderne Arbeitsumfeld der Ausbildung. Das heißt, wir haben zwei moderne Ausbildungswerkstätten, einen Schulungsraum. Und das Ganze ist für Elektronik und Betriebstechnik ein sehr, sehr super Umfeld, um die ganzen Inhalte einfach nochmal näher kennenzulernen. Deine Ausbilder sind einfach total offen und sie reden auch jederzeit mit dir, wenn irgendwas nicht stimmt, wenn du Probleme hast oder sonst was. Das sind eigentlich nicht wie Arbeitskollegen, sondern mehr wie Freunde. Ob Schulabgänger oder Quereinsteiger, bewerbt euch bei uns. Wir freuen uns auf euch.